Wir arbeiten uns nach oben, 1.600 Höhenmeter am Stück, nicht ganz allein auf der Straße, hinauf zum Sustenpass. Es hügelt dahin, 10 Kilometer der Auffahrt sind geschafft. Langsam fährt jeder in seiner eigenen Trance. Es wird kaum noch geredet, aber das ist auch gut so. Schön, scheiß. Langsam sprachlos. Es gibt mehrere Tunnel-Durchfahrten, deswegen wird Rücklicht montiert. Und wir nähern uns peu à peu dem Pass. Alpkäserei Sustenpass, eine von Ungezählten auf dem Weg hier nach oben. Oh, die Wasservolle wie vor allem, die passen sich, oder? Fantastisch. Ist das jemand von uns dort fahren? Traumhaft! Kilometer 24 in der Auffahrt zum Sustenpass. Schlimm, 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 nur Bikes. Das da ist der Steinkletscher. Und wie mittlerweile überall in den Alpen, taut auch er massiv ab. Sustenpass, geschafft. So, und hier oben wartet jetzt Verpflegung auf uns. Futter! Juhu! Im Rücken! Welcome to Paradise! Gut, das war eigentlich die Premierenfahrt. Wir sind auf dem Sustenpass. Und ab jetzt geht es nur noch runter ins Tal. Ziel heute Altwurf. Unsere Verpflegung hat übrigens Philipp dieser Woche in den Händen. Richtig genial. Tolles Buffet. Alles hier oben für uns vorbereitet. Ja, man wird anspruchsvoll. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020